hallo und herzlich willkommen zu einem video heute spielen wir mal wieder war thunder nach langem wir spielen die deutschen panzer die deutschen fahrrad um es war besatzung ausbauen vitalität noch mal mehr und von der stück auch noch mal vitalität agilität feldreparatur alles zack wir gehen weiter auf den panzer 3l dann auf stück 3f panzer 4 f2 und dann sind wir schon bei bei dem tiger wir stoppen stimmt schon 27 ach naja ja lang kam kein warstander mehr schule also diese woche war echt schlimm weil ich hatte montags lang schule dann auf fußballtraining dienstag habe ich mich mal verabredet mit wem mit einer person mittwoch lang schule und fußballtraining und ja heute donnerstag am vatertag nehme ich das auf also die woche ist jetzt echt kam sehr wenig sagen wir es mal so ich will da spawnen so klar gut und die motoren sind so kann nicht fahren kann meine skippt ist nicht da ah jetzt tun wer etwas laut das fand ich und die wird schon geballert ah ja irgendwo muss da was sein irgendwo muss da was sein man sollte nie was sein das fand ich wow ein bt7 ach du hei scheiß m3 scheiß m3 unser turm ist weg nicht gut ey helf mir mal wer der eine pusht der andere steht da oben ok turm nicht mehr so gut alter fuck das tat etwas mehr weh unser ja gut wir sind eh weg das kann sich nur um minuten handeln gehabt turm ist wieder da aber der getriebe ist weg treffer kein durchschlag boah schnell weg hier ja ich seh doch den panzer da schon hoch komm oh mein da steht auch schnall nach genau ach ich konnte nicht mehr mahnt der turm ist halt lange ach du fuck ach ja ja genau dreh doch panzer dreh ah konnte ich nichts gegen mir machen aber wir haben drei panzer mit uns weg genommen ach ach baum heat äh warum ist das baum ach 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 hast du die Oh nice Mathilda ist auch weg Steht er da immer noch? Ne Au Und die Art der Dinge Komplett getroffen Naja jetzt habe ich nur Discord Benauern bekommen Ich hoffe ihr seht ihr nicht Aber wir gewinnen Wir halten die hier echt gut auf Ja sind sogar Mann Sind sogar Dritter Was haben wir jetzt hier nicht gesehen? Alter wie viele kaputte Panzer hier stehen Ich hoffe uns sind zwei von mir Und wir nehmen einen Nice Wo soll denn hier wer sein? Ah ok Ah da fährt auch ja Hallo Genau noch hier Wo schießt der denn hin? Da unten schießt der denn? Ah Da unten hin Oh ist tot Ah ne da Hab ihn gefunden Genau da wo er sich eingenehmt hat Hä? Hä? Mani der war kaputt Wurden wir da Ah von der Seite So der steht Der steht schon da Letzter Panzer Der steht schon da irgendwo, warum braucht man immer rückwärts? Hier soll er mal irgendwie durchkommen, was er auch schafft, aber schwer Da ist ein kaputter Panzer Hier stand er Kann auch sein, dass er schon tot ist, aber ich weiß es nicht Oh, zieh, 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 ja, okay So Da war der T-50 Ich glaube, die geben nicht mehr viel Abwehrfeuer Will ich hier runter? Ja, will ich Ja, ich will hier runter Und, zack So, am Ende haben wir nicht mehr viel gemacht Wie immer Kipp, man Na ja Oh, der Oberm Oh, scheiße Jetzt haben wir hier alles auf dem B und C Das ist nicht gut Mal, dieses Massaker hier Alter, bis ich hier oben bin Okay, da ist einer Da war einer Ah, das war in der M16 Steht da noch wer? Ne, ne Ja, schön, dass er sich greifbar ist, aber wenn unsere Anderen Seiten Verkappt haben Oder auch nicht Neunter nur Oh Gott Gut Vom dritten auf den neunten Ja Mh, ja Eine Runde können wir noch machen Oh, bald haben wir ihn Der hat sowas von alles hier verdient Oh, endlich Ersatzteile 23, 137 Die eine ist mehr auf Entfernung Die eine, oh Mehr Silberlines Die eine ist mehr auf Entfernung Die andere mehr auf Nahkampf Okay Ähm Wie weit denn noch? Dann kommt der Geile mit einer 10-5er Dann kommt der Hat der einen Mg? Dann haben die denn mal einen G Wow Ich freu mich schon, wenn wir den hier haben Naja Ab in die Schlacht Vielleicht wieder so ein gutes Match Oh, wow Schön, dass ich mir das kaufen kann Achso, ich weiß nicht, ob ich es gesagt habe Der Matilda Hedgehog, den wir letztes Mal gesehen haben Viele haben geschrieben, das ist ein Bellpass-Panzer gewesen So war es doch So war es doch Ja, und der war mal im Bellpass Irgendwann drin Ich weiß nicht, wer immer auf die Idee kommt So viel Money mitzunehmen So Ich hoffe, ich bin nicht auf die Mute-Taste gekommen Nee Alles okay Weil das wäre ja bitter Ja Ich will zu B Auf jeden Fall müssen wir, glaube ich, den neuen Motor hier einbauen Na, wer weiß aus, was für ein Film das ist Die Musik Also ich habe den Film nie geguckt Aber ich weiß Dass es aus dem Film kommt Hier sollte noch alles Ich wollte gerade sagen, hier sollte noch alles clear sein Jetzt ist mir ein Turm weg Der kam aber aus Ein Uhr oder zwei Uhr Wow Ob ich das Ding jetzt hier nicht wegkauen kann Also ich bin jetzt hier nicht wegkauen kann Ich bin jetzt noch ein für ein Film kritischer Treff das war ein M8 ich wollte dich nicht da aber da war auch ein Panzer das war da war so ein ganz kleiner Panzer so aus wie eine russische pack also sah nur so aus ne ich werd doch das überbauen äh 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 ich hab Angst dass der Ton irgendwie zu kack ist also dass mein mein Mikro also dass ich zu leise spreche oder dass der Sound etwas zu laut ist da bist du zu weit am Spawn Komm, schieß ihn weg Er brennt Oh, er ist tot Zoll Motor beschädigt, Treibstofftank ist weg Kühler Turmdrick Vielleicht sollte ich reparieren Warte mal Was ist alles zerstört? Äh, Richtschutz ist weg Kommandant Links ist weg Motor fast kaputt Turmdrickkranz Wenn ich das nicht schon gesagt hab Ja, etwas Gucken was zuerst repariert wird Turmdrickkranz Oh, Scheiße Komm, Motor muss auch noch repariert werden Nice, Motor Oh, jetzt wird los Go, go, go T...50 Umwo an der Seite von mir steht jetzt hier ein T-50 Komm mal auf die Position von ihm Da steht er So blind bin ich auch nicht Fahre mal wieder zu C Zum Glück habe ich die Winterkette nur drauf Also ich hoffe, das sind die Winterkette Bis jetzt sieht's Schlecht aus Für uns Ah Schnell weg hier Boah, Herrgott Angst, ey Sehr viel Angst hatte ich gerade Geh weg Und zieh sich die Klinge ab Und sie einnehmen Hier sind wirklich zwei Flugsäufe Du verarsch Ich hab auch die beste Tarnung, ey Gut, bis jetzt haben wir gleich alle Punkte Das heißt, wir holen sehr gut auf, oder? 10.544 zu, ja Weil die bekommen jetzt gar, äh, wir fallen denen keine Punkte Tickets mehr Äh, hallo? Oh, nee, das muss ich zuerst machen Das könnte jetzt dumm sein, was ich hier mache, aber Ich möchte wieder einmal mehr haben Ich höre doch die wehen, ich höre doch die wehen Also ich hab hier irgendwen gehört Fuck Wir sind doch einen rausgenommen Ah, mein Motor ist weg, geil Hi Hi Alter, da kann ich nichts mehr gegen machen Mindestens einer Ich hätte wusste nicht, was es war Ich hätte sagen können, dass es irgendwas ist, was gute Frontpanzungen hat, wo ich nicht durchkomme Aber es war nur ein M3 Mit einer 7.5er Machen wir mal da so Co-Op-Art hier hin Ja, bis jetzt gewinnen wir noch Bis jetzt haben wir einen Vorteil Nur jetzt nehmen die Gatsi ein Ja, bei uns sind schon drei Leute komplett draus Oh, scheiße Nein, unser Bomber ist weg Wir haben mit null Nice, der ist weg Wir haben mit null Luftunterstützung Null Alter, unsere Donuts, ey Oh, Mann Na, sind die sich alle tot? Es waren ja nur noch zwei Panzer Ich weiß nicht, welcher So, ein weiße M3 Und noch was Ja, bis jetzt sieht es wieder kacke aus Den habe ich rausgenommen Hier stand der M3 irgendwo Und Dann kam noch einer Ich weiß jetzt nicht, was ich hier mache Aber egal Aha, hallo M3 Oh, ne Oh, ne Ups Was komplett anderes Oh, ne Was komplett anderes Ja, genau Ich will gleich alles wegschießen Genau Äh, hallo Oh, Turm eingeschlagen Sie unbeschädigt Ich kann da, glaube ich, leider keine Art hier machen Oder Ne Ach, das war von My Damanart hier Nein, ist weg Ich fahre gleich mal hier rein Ah, ey Das wird ein sehr spannendes Match hier Tschöne, das Stuka Okay Das war jetzt auch gar nicht komisch Dass da Art Geschüsse rauskamen Die unbeschädigt Scheiße Nicht schon wieder diese Kante Ah Was ist du denn Ich habe verfehlt Nein, mein Getriebe Mein Ladeschütz ist tot Nein Mein Turm dreht sich nicht Oh, was habe ich für eine Turmdreh geschärft Ach, nicht durchgekommen Nice Turmdreh dich Komm Sind jetzt Leute, warum sind Alter Sind da gerade wirklich alle gestorben Also Ja, und ich auch Aber Ja, ich glaube, das werden wir verlieren Da ist ja auch noch ein Panzer Jetzt ist er tot Voll Das sieht nicht gut aus Das sieht nicht gut aus Ah, da war der Panzer Oh Schade, wir hätten gewinnen können Wir hätten Oh, und der Juncker ist mir denn doch abgeballert Ah Das ist kaputter Panzer Von zwei Seiten erhöht Okay, der ist tot, nice Schade, schade Aber war eine spannende Runde Aber das erste war eine richtige Massakerschlacht Bei uns oben Hm Getriebe Was hab ich denn jetzt Ach, der Motor Geil Gleisketten Ja, nicht mehr viel und wir haben den So Zack Ja, toll Ja, das war's jetzt von der Folge Wir hatten zwei sehr spannende Runden Muss ich sagen Also ich fand die beiden echt spannend Die erste, ja gut, das war eine Massaker Massaker, wie ich schon gesagt hab Und die zweite war sehr spannend Und ja, dann sehen wir uns Bis zum nächsten Mal wieder Tschüss Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Ja, das war's jetzt Ich bin mir